Schade, dass die Prozentzeit nur so schnell sinkt. Äh. Ähm. Ähm. Okay. Okay. Äh. 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 Kürbisse. Doch, ich glaub ich mochte dieses Level. Ich erinnere mich grad wieder dran. Was vor allem grade noch relativ einfach ist, das Level. Da rein und jetzt heizen. Okay. Hierfür ist das hier besser geeignet. Schmerz. Ja. Ja. Hey, wir gehen mal hoch. Ich geh mir nochmal kurz was ein. Das LM tritt mich hier grade. Und nebenbei sogar noch ein Foto gemacht. Ja. Was ich einfach so nebenbei immer mache. Wobei die Fotos mache ich ja meistens eher so für Filmfotos von Fass. Damit er so ein bisschen das Gefühl hat, als wenn er mit dabei wäre. Ja. Ja. Weil er immer aufgeregt ist, was ich so als nächstes spiele. Ja. Die magischen Pilze bewegen sich auf und ab. Sie bringen euch immer höher. Aber passt besser auf, dass ihr nicht abstürzt und spurlos versinkt. Hm. Erinnert mich an Jack and Dexter. Da ist noch ein Goldhaufen. Hier brauchen wir eine Erdrohne. Haben wir aber noch nicht. Ich brauche bestimmt nicht mehr Pro dahinten. Also. Hier dann. Huch. Hier. Hier. Hier lag ich ja gar nicht so falsch. Okay. Ich höre hier noch... Oh ne. War schwer. Huch. 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 Macht mich glaube ich ganz gut gerade. Wieder. Das sah ja schon schlechter aus. Huch. 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 Ah, wenn sie platzen... Das ist ja nicht so gut. Ich habe schon eigentlich ein Schild. Ja. Ah, hier kommen wir dann unten raus. Okay. Ah, Sternenrunen ist das. Oh, scheiße. Ja. Das wäre jetzt ungewollt. Jetzt fülle ich jetzt nochmal ganz kurz auf. Klingel zwar nicht voll, aber... Boah, aber doch noch ganz schön. Da wurde jemand kurz angerufen. Jetzt jetzt mal hier rüber. Das war knapp. Und da wurde jemand noch... Wuh! Uäh! Oh. Oh, ah. Okay, jetzt zahlt Rune. Es zahlt ganz schön weh. Du auch noch. Und du auch noch. Und du am besten auch noch. Wollen wir jetzt hier alle? Ich will ja nichts übersehen. Offen, das ist offen. Kommt mir gerade Kürbis entgegen. Wow. Boah, da erschreckt man sich aber. Sieht doch einfach so aus dem Pooh wieder raus. Okay, ich kann nichts eingesammelt werden. Wo auch immer der Kirch ist. Haben wir hier nicht gefunden. Das wäre der zweite Gang gewesen. Aber wo ist der Kelch? Das ist gerade die größere Frage. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Warte, wo könnte der Kelch nochmal sein? Ich habe keine Ahnung. Warte, das waren die beiden Wege. Ja. Das muss irgendwo auf diesen Wege sein. Klingt hier aber. Oh, doch. Das muss ja irgendwie sein. Das suchen wir alles nochmal kurz ab. Ich kann das nochmal nach unten. Ich habe definitiv nichts. Auch definitiv nichts. ganz kurz. Dann wieder hin. 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 Das. Dann weiter hin. Dann wieder hin. Na ja, sind wir ganz am Anfang Hm, seltsam Gut, weiß ich's nicht Die Lüse mit Samvenia noch nicht ... ... ... ... ... ... ... Oh, I missed. Oh, I missed. Äh, nach da hinten auch nicht weg. Hm. Seltsam. Hier nochmal. Hier sehe ich auch nichts. Wo? Wer neigt euch vor dem Herrn des Gemüsefelds, der einzigartigen Pflanze, die mit ihren edlen Ranken eine Armee ins Feld führt? Er ist rund! Er ist gesund! Und er ist Saroks Geheimrezept! Er ist König Kürbis! Hm. Ich weiß trotzdem nicht, wo dieser Kirch ist. Ich weiß trotzdem nicht, wo dieser Kirch ist. Ich weiß nicht. Vielen Dank.